20.000 Elefanten aus Wut Botswana will 20.000 Elefanten nach Deutschland abschieben. Der Grund dafür ist eine diplomatische Verstimmung. Denn die Grünen wollen Jägern die Einfuhr ihrer Trophäen aus Afrika verbieten. Das kritisiert die botswanische Regierung. Denn das Land leide unter einer Elefantenplage. Kontrollierte Jagd sei eine nachhaltige Nutzung. Das teilte der botswanische Präsident Masisi mit. Außerdem kritisiert er vor allem Umweltministerin Steffi Lemke. Gegenüber der Bild teilte Masisi mit, wenn die Grünen alles besser wissen, sollen sie und Lemke zeigen, wie man ohne Jagd mit Elefanten zusammenlebt. Sein Angebot deshalb 20.000 wilde Elefanten für Deutschland. Das ist kein Scherz, so Masisi.